jo liebe leute jo liebe leute zu einer episode und neuen abenteuern hier des 19 uhr natürlich hier und wir haben uns natürlich mal heute einen neuen server ausgesucht weiß gar nicht wie der heißt ehrlich gesagt auch nicht er usch gosch goring sowas genau auf jeden fall ist natürlich verlinkt wahrscheinlich verlinkt beschrieben in der video beschreibung wahrscheinlich in der video beschreiben wo bist du ja genau wir sind ja viel und haben von weiten was gesichtet was qualmt ne genau da hinten sieht man es auch schon ich das sieht so ein bisschen aus wie ein heli aber ich finde die rauchentwicklung da ziemlich krass muss ich sagen es könnte auch sein dass das server dass du kontinuier drops hat auch das kann auch sein ich würde sagen wir schauen einfach mal nach alter auf jeden fall hier einmal quer übers airfield natürlich sehr sicher ja das ist natürlich sehr sicher hier kleine challenge die muss natürlich immer da die airfield challenge hier aber früher sind wir rübergerollt ne ich weiß ja wenn ihr euch noch daran erinnert dann lasst doch einfach ein kommentarer airfield challenge mit rollen ist ja so geil oh ja ja bevor wir da ankommen braun würde ich sagen haue ich einen kleinen gag raus hier von lol what the fuck s punkt ja kleine überraschung hier am anfang der folge und zwar schreibt er aus aktuellem anlass hashtag gag wie heißen die fans bei der frauen wm bro weiß ich nicht geht eigentlich nicht nach ach so oh dann lass es lieber das ist lieber what the fuck das mit dem aktuellen anlass verstehe ich schon wegen gender pay gap und so hast natürlich auch mitbekommen aber ansonsten würde ich sagen jan es schreibt den gag doch einfach noch mal in die kommentare hier dass wir uns die finger nicht schmutzig machen müssen um den vorzulesen aber grüße gibt es natürlich trotzdem würde ich sagen ja natürlich an fall wahrscheinlich für natürlich in einem satz aber ich kann natürlich das ist schon der natürliche sprachfluss hier bei der sie 19 uhr aber nicht nur hier im content sondern auch im realen leben nimmt es immer mehr einzug ich hätte auch richtig geil eigentlich ja was heißt richtig geil ja ist schon neu jahr war einfach noch nie so wir sind jetzt nah dran übrigens na ja ich glaube schon mach 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 was kauft man sich wenn man sich zu hause alleine fühlt richtig eine handcreme die zieht sofort bei dir ein also sorry grüße genaus an bern sto oder bern ist er bärst du genau ähm nicer geld gealter hat man noch nicht und dementsprechend nice grüße raus an den part zombies angelockt das ist ein paar zombies angelockt dementsprechend würde ich sagen kein problem für uns machen wir keinen cut hier denn wir sind jetzt schon ganz nah dran bro yeah schoß warst du das ich 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 töte die alle ich bin jetzt der berster alle getötet man wollen wir ran wo bist du denn jetzt hier da vorne willst du da so straight ran oder was ja da ist doch keine sau das sind sehr viele zombies oh mein gott ja dann geh dann geh allein oder was ja du bastard du alien ansonsten wenn du dich da alleine fühlst bro empfehle ich dir einfach mal eine hand kre... ja das ist vor dem gebäude hier ne oder ist es im gebäude gelandet ne das kann auch im gebäude sein lass mal hier reingehen oder ich glaube das ist safe warte oh achso ne hä was ist das denn das ist im gebäude oder oh mein gott what the fuck alter warte 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 ich komm hier aus wie warte was ist das denn für ne scheiße in der halle oder was ne ne ich warte noch auf dich bist du schon drin oh shit ich komm nicht ich komm da nicht rein vor der eingang musst du gehen haupthalle ja warte 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 ich warte mal auf dich das will ich zusammen mit dir erkunden holy shit alter was ist das denn für ne geile scheiße ich glaube das ist echt so ein container drop oh mein gott was ist das denn oder zwei helis da drin einfach oder was ne base oder was ich hab keinen plan was das hier ist also jetzt keine richtige base aber das ist halt so ein bisschen pass auf die objekte wohl so platziert was denn also ich bin jetzt hier oben drauf vielleicht sind die minen und so pass auf alter erst mal rein gecheatet oder vielleicht sind die versteckte gegner keiner oder was ist das denn er ist für ein übelst geil man okay ich fühle mich erst mal safe hier oben muss ich hier einfach nur einen shotgun und das ist aber schon ziemlich nice ne hier ist ein trader oder was ach hier ist ein trader oh mein gott oh mein gott wo ist der hier mittendrin in diesem sandbags und da sind die helis die wir gesehen haben ja ach so ich das ist wäre so ein ja 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 weißt du und die droppen auch das ist aber schon sick wenn du hier ein battle hättest ja du hast auch hier ganz viele mags um die helis rum ich glaube die sind tatsächlich hier gespawnt ach hier ist der trader guck mal hier sind wirklich viele sachen um den heli rum wahrscheinlich um den heli rum denn gönn dir gönn dir das sieht echt geil aus der zombie macht mir gerade ein bisschen sorgen muss ich sagen er töte ihn doch einfach aber ich ignoriere das mal ganz geschwind so was gibt es hier denn alles okay auto teile mega geil okay hier gibt es auto teile dein schuss ja achtung 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 erledigt hier oder nicht jetzt aber jetzt aber erstmal looten nice was gibt es denn bei dem anderen trader es gibt noch einen anderen trader oder meintest du den hier gerade ich meinte den da ja also ich kann mein auto kaufen oder was okay kann man nur autos kaufen alles klar oder auto teile zumindest ich glaube autos direkt nicht ja das ist aber schon als guck mal hier wo ich bin hier kannst hier hoch gehen er sieht mich nicht ja aber es ist schon geil wie ich frage mich warum hier keine sind also keine leute das ist ja übelst geil und die zombies kommen hier nicht hoch das ist ja auch sick ich finde das ich gerade mega nice auf jeden fall cool gemacht finde ich hat man sich mal ein bisschen was einfallen lassen habe ich so jetzt noch nie gesehen und hier drin feit das wäre schon da das wäre ein bisschen abwarten ich glaube wir warten ich glaube wir warten ein bisschen das würde bedeuten dass wir hier einen kleinen cut machen perfekt würde ich sagen in dem haus wo wir drin waren mit dem ich sehe es ja ich bin übelst geht man ist er oben oder unten oben war der gerade es ist ja allein ja ist ja nicht mehr lange glaube ich oh fuck wo kam der denn auf einmal her ich bin beide glaube ich wo bist du ich weiß nicht okay der ist immer noch oben meinst du nicht der war gerade vor mir habe ich es weggerannt da ist da ist er wieder ja hallo hey hey buddy what's up jo wahrscheinlich hey und schießt oder was dort ey oh shit er ist hart geportet ich habe ihn einmal angekippt versteckt die versteckt ich ja lebst du noch ja aber so halb hin am hand er aimt auf mich ja ich muss sagen er blutet er blutet das ist gut ich nicht das ding ist ein bisschen läge hier ne jo er hat er ist da und 200 shots gegeben okay pass auf es ist ein rotes armband das könnten mehr sein ja du kannst von mir aus looten und ich guck ja ich muss mich eh verbinden du auch halt ne ne ich blute null was hat denn der für muni wo für mich ganz viel platzpatronen oder was war das gerade der hat eine ganze menge darf der zu einer aek ich weiß es gar nicht ob die so geil ist aber ich lasse ihm mal meine m4 hier also ohne spaß wo kam der auf einmal her ich weiß es nicht ja gut ich meine wir haben schon rumgeschossen ne schon klar aber es gibt doch hier nur einen eingang und ich war oben die ganze zeit oder gibt es doch noch einen eingang den wir nicht kennen oder ist der eingeloggt vielleicht ja ja es sind so viele fragen die ich mir gerade ja 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 aber nice geregelt bei euch hätte ich gedacht dass wir das gerade verkacken ja 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 immer zu dir was soll ja mal gucken oh mein gott oh baby ich blute gar nicht ich dachte ja ich auch nicht das ding ich bin ein bisschen paranoid ich muss ich muss den eingang finden wo der reinkam ansonsten bin ich hier weiß ich nicht vielleicht ist ja trotz durch den haupteingang tatsächlich reingekommen meinst du ich weiß nicht alter vater ist er überhaupt schon tot ich hoffe es euch noch mal sicher sicher oder nicht der ist schon tot ich achte ein bisschen drauf oh mein gott ist das natürlich nicht fehlen hier das darf nicht wo es läuft 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 ein typ rum ich schieß mal dahin ah ja ich sehe ja ich glaube der snack die helis ich kann ihn leider nicht treffen weil du kannst er nicht durchschießen oder okay ich habe jetzt einfach mal ein bisschen angelockt beziehungsweise er weiß jetzt dass wir hier sind er rennt okay wohin weg er rennt immer noch er rennt immer noch an den helis also wir wollen ja nicht killen sondern wir wollen eigentlich nur dass er hier mal her kommt aber er rennt weg er entfernt sich also ja gut da würde ich jetzt auch weg wenn ich beschossen werde ja gut aber also nee eigentlich nicht wir haben immer noch nicht da hinten den raum abgecheckt weil ich kann mir nicht vorstellen dass der irgendwie eigentlich ja dann komm dann lass mal also ich möchte einmal kurz um die helis laufen und mir vielleicht neues oberteil hier abzusnacken da ist hier liegt schon eins und dann können wir mal gucken ob wir noch einen eingang finden denn irgendwo muss ja tatsächlich reingekommen sein also das oder eingeloggt halt aber ich eingeloggt ist hier ist doch eine tür oder hat ja natürlich kommt man hier rein hier ist doch der lange gang schuss ja habe ich gehört so wieder auf die anderen seite ich glaube die andere besser oder ja auf jeden fall ja da kann man halt ist ja logisch von hinten kann man auch rein ja auf der anderen seite müssen wir safe sein da habe ich keinen anderen eingang gesehen und safe muss ich sagen bro finde ich gar nicht schlecht also ist mich gerade erschreckt wieder also mit der mit dir werde ich auch nicht alt die wahrscheinlich diggy wahrscheinlich die hier ist auch natürlich muss man auch aufpassen guck mal wo ja eine seite überhaupt nicht doch da diese metalltür das sicher so wahrscheinlich oder er ist sicher ist der ort ist halt echter in der eck nein der ist hier du kommst du kommst du nicht raus aber man kann hier ein bisschen raus gucken die tür zugemacht wie so ein bastard natürlich aber ich fühle mich ja nicht so ich fühle mich so eingeengt und so gefangen aber wäre schon nice wenn noch jemand kommen würde ich muss mich sowieso erstmal ein bisschen healen achtung also ja wahrscheinlich ich würde sagen wir warten noch kurz ab mal gucken was passiert oder auf jeden fall ist perfekt ich habe irgendwann eine tür gehört pass auf fuck ich fühle mich gerade unwohl hier oh mein gott es kann nichts passieren wenn du das gebäude nicht kennst du weißt halt nicht das müsste doch im langen gang gewesen sein doch der ist bestimmt im gebäude schon irgendwo pass auf guck mich noch mal eben um aber hier ist es hier wie oh der schießt da durch wo durch da wo diese mauer ist als ob man da durchschießt wieso kann der da durchschießen keinen plan kannst du da auch irgendwie reinschießen dass er weg geht da dass ich wieder aufstehen kann du bist du wurslos schießt da bitte rein ja ja sag das doch nur ein paar schüsse rein feuern klar sag bescheid wenn du wieder aufwachst ne ich komme wieder zu mir aber noch nicht ich habe auge geht das erste mal erst auf oh gott die sind überall steps ich raste aus ja ich weiß ja auch die steps habe ihn habe ihn nice perfekt habe ich müsste jetzt gleich wieder aufstehen ist da noch jemand hinter der mauer nee nee das war der glaube ich roten rucksack na gut du hast ja nicht gesehen ne ich sehe da gerade nix schwafe in die hand das war ich oh mein gott ich werde nicht alt mit dir ich finde ich noch mal ganz kurz hier in der ecke ja finde ich finde ich bitte alles was hier irgendwie rum läuft oh mein gott alles klar kleines update würde ich sagen man kann da durch die mauer die man gerade gesehen hat wie weiß er denn wie kann er denn da kein plan vielleicht kann man da oben drüber gucken die geht ja das ist doch das ist doch schwachsinnig gerade das ist übelster schwachsinn das ist doch voll was ist das denn für eine scheiße keine ahnung oh gott ist es echt schießt ich kann nicht schießen sie schießt sich nicht mehr weiß ich nicht Hä? Ah, jetzt. Ich lade nach. War ein Lecker. Ach, er hier, oder was? Das war er, ja. Wollte mich gerade pushen, als ich auf die Tür halt geschossen habe. Okay, also nicht viel, was ich brauchen kann, muss ich sagen. Aber besser als... Ich könnte dir nachher noch ein bisschen Essen geben, der hat echt viel Essen dabei gehabt. Eine Kartoffel. Das Gebäude ist mega gefährlich. Oh, der hat eine M4, ne? Ja, ich weiß. Willst du die haben? Nee. Wir haben eigentlich keine Muni dafür. Also ich nicht. Ich schon, aber ich brauche die nicht. Wie sieht's denn? Oh, Obertal ist ruiniert. Das ist das erste Mal, dass ich eine M4 ablehne, by the way. Das geht eigentlich in die Geschichtsbücher ein gerade. Ja, ne? Oh, hier ein Suppressor für die AK. Das ist nice. Soll ich nicht zu lange looten? Nee, ich mache mich wieder aus dem Stab hier. Okay. Alter. Also das ist schon echt... Ich habe auch nichts gesehen oder so. Keine Waffe, die durchgebackt hat. Obwohl, guck mal, doch, du siehst, du kannst da oben drüber gucken, obwohl... Ich mache nochmal schießen. Ach, ich schieße mal. Warum? Zombie. Also. Ja, also ich war echt überrascht, dass der dich sieht, vielleicht... Boah. Weiß ich nicht. Ich kann es nicht erklären. Aber nice geregelt, Bro. Nice geregelt. Ja, ich war übelst unter Anspannung, ey. Glaub ich nicht. Stell dir vor, ich hätte es verkackt, dann wäre es nämlich auch gestorben. Alles, alles hängt an mir so am Ende. Scheiße, Digga. Shale vor, ich hätte ihn vorher nicht getötet. Eben, das ist so richtig die Anspannung, die man hat für sein Teammate auch. Ja, ja. So scheiße, ich darf es nicht verkacken. Der Druck auf einmal, die Verantwortung, ja. So, ich darf es nicht verkacken, mein Teammate, Alter. Scheiße, scheiße. Apropos verkacken, mir geht es ziemlich kacke. Und deshalb würde ich sagen, mache ich einen kleinen Cut, bis es mir wieder besser geht. Warte mal. Ja, nee, doch, nice, perfekt. Let's go. Kleines Update. Wahrscheinlich kleines Update, wir mussten uns hier verteidigen gegen ein ganzes Squad, also nur Zombies. Und ja, gehen jetzt mal in den Tower, gucken, was da so abgeht. Ich bin noch ein bisschen am humpeln, aber da werden wir wohl ankommen, oder? Ja, wir haben uns entschieden, das Gebäude zu verlassen, da es doch ein bisschen zu verwinkelt und gefährlich ist. Ja, ja, ja. Ja, da geht es nämlich schon direkt weiter. Und da bist du natürlich direkt weiter. Haben die dich getroffen? Nee, noch nicht. Und dich? Ich bin rot, ich bin sehr langsam. Fuck. Ich bin vielleicht doch drin. Shit. Wo bist du jetzt? Am Gebäude noch, am Rand. Okay, ich versuche an den Tower zu gehen. Okay, mach das mal, vielleicht kann ich sie ja abfangen. Ja, das wäre zumindest nice. Also ich bin sehr am humpeln. Zombie. Ich bin tot. One-Hit. Shit. Scheiße, Bro. Fuck. So, Leute. So, Leute. Kleines Update. Ja, genau. Machst du mal erzählen, was du noch gerissen hast da? Ja, also ich habe jetzt hier noch einen weggeholt. Ich schätze mal, das ist der, der dich gekillt hat. Hier liegen irgendwie zwei Leichen ineinander oder du irgendwie in der Wand. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das so aus wie zwei Leute, die ich hier looten konnte vorhin. Sehr schön. Whatever. Naja, ich schätze mal, das wird er gewesen sein, auch der auf mich geschossen hat. Von daher, Rache noch bekommen, Bro. Sehr schön, sehr schön. Wir haben ja da ein bisschen, ich würde sagen, echt schon gut zerberstet heute eigentlich, oder? Ja, schon. Aber ich glaube, es ist auch leider unser letztes Mal auf dem Server, denke ich. Ja, also so berauschend war das jetzt nicht. Nee, die Kommunikation. Welche, lol, welche Kommunikation? Mit den Spielern ist leider hier nicht vorhanden. Auch ich gerade gespawnt, ja, auch für dich ein kleines Update. Am Balota-Airstrip. Bambi. Da sind natürlich auch alle Freunde. Wurde direkt von dem Voll-Equipten weggerasht hier einfach. K.O.S. vom Feinsten. In dem Sinne würde ich sagen, Bro, schreibt doch gerne nochmal Server-Empfehlungen in die Kommentare. Die ein oder andere haben wir schon gekriegt, aber die ein oder andere zusätzliche. Wäre nice, weil der ist auf jeden Fall total kacke. Ja, nicht das, was wir suchen. Alles klar. In dem Sinne, Bro, bis zum, wahrscheinlich sage ich das zu dir. Bis zum Donnerstag 19 Uhr tatsächlich. Alles klar, perfekt. Jo, drei Leute, ciao. Liebe Leute, das war's für heute. Leider ein bisschen kürzer geraten als sonst. Ich hoffe trotzdem, euch hat's gefallen. Auf jeden Fall cooler Server mit diesem Airfield-Feature. Leider doch an der Küste. Dementsprechend auch wieder die K.O.S. Leute, die natürlich wieder hirnlos auf Bambi schießen. Dementsprechend keine Grüße an die. Ja, würde mich über einen Daumen nach oben natürlich sehr freuen, Leute. Und wir sehen uns dann wieder am Donnerstag 19 Uhr. Nicht vergessen einzuschalten, Glocke aktivieren, abonnieren, kommentieren, weiß ich nicht was. Und bis dann, würde ich sagen. Haut rein, euer Luzi. Ciao. Yee, 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 yee.